Also, lieben Gruß von der Automechaniker 2012, von der Firma Linde unter dem Magic Sky. Das ist die Urmutter der Elektromobilität, der Gabelstapler, ich glaube es ist ein E35, E30 wiegt also demnach 6 Tonnen, das heißt immer das Doppelte vom Gewicht, das er dann auch stapeln kann. Ganz, ganz tolle Sachen sind aus der Technik von diesem Gabelstapler in den anderen Produkten drin, zum Beispiel da der Rotrack E2, hätten wir für das Thema Kraft oder wir haben auch für das Thema Umweltfreundlichkeit einen umgebauten Fiat 500, das ist nämlich das erste Elektroauto Deutschlands, das weiter als 10 Kilometer fahren kann, nämlich insgesamt 105, bevor es wieder an die Steckdosen ist. Und das hier zum Thema Präzision, ich bin völlig begeistert, Gabelstapler fahren Wulz.